Einstimmig hat die Württembergische Landessynode die finanzielle Unterstützung für Initiativen und Institutionen gegen Prostitution beschlossen. Zu den geförderten Einrichtungen zählen unter anderem das Hoffnungshaus und das Café La Strada im Stuttgarter Rotlichtviertel. Als Anlaufstelle für Prostituierte bieten sie den Frauen und Männern eine Rückzugsmöglichkeit und einen geschützten Raum. Prostitution widerspricht der Menschenwürde. Franziska Stocker-Schwarz, die Vorsitzende des Ausschusses Kirche, Gesellschaft und Öffentlichkeit, hat sich intensiv mit dem Thema beschäftigt und plädiert für die Zuwendungen. Gott hat uns als Menschen geschaffen mit einer Würde und die wird verletzt, wenn ich mich der Prostitution hingeben muss. Es sind etliche Frauen, die hier zwangsweise eingeschleppt wurden, vielleicht unter falschen Versprechungen und sich in der Zwangsprostitution wiederfinden. Daher freue ich mich, dass unsere Landeskirche jetzt weit über ihre Grenzen hinaus, es sind ja auch Einrichtungen, die der katholischen Kirche verbunden sind, Gelder zur Verfügung stellt, damit solche Arbeit gegen Prostitution und Menschenhandel nachhaltig und wirksam werden kann. Im Zuge dessen sollen bestehende und neue Hilfsmöglichkeiten verstärkt unterstützt und ausgebaut werden, damit die Frauen Hilfe erfahren, die unter den Folgen des Sexkaufs leiden. Vielen Dank. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020